So, hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Die Lusche von Delta hat sich auf Level 10 schon gelevelt und wir hängen auch immer bei Level 3 dabei, ne? Tja, würde ich mal sagen, da müssen wir ein bisschen aufholen und besser fahren wir eher, damit wir ihn wieder aufholen. Ah, das ist ja Übung und so, ne? Ja, das wird schon, das wird schon. Ja, wollte ich gerade sagen, ey, du hast doch die Erfahrung. Von daher, übrigens, hallo. Ja, übrigens, genau, hallihollo. Ja, wunderbar. Äh, Bluebolt, fährst du gerade? Ne. Er war mit drin, äh, lobby. Ja, aber das rote Zeichen ist da, dass er fährt. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht jetzt, war aber gerade eben. Auch das nicht. Wir fahren jetzt alle, dann Ausdauer, fünf Minuten fahren, S4. Nio, was hast du für eine Karre für S4? Machen wir mal Veto. Mercedes, ne? Mercedes, ja. Einer noch, einer noch, bitte. Ah, Mann, okay. Ah, zu spät. Was, ne? Ne, wir Königseck. Hast du keine eigene Meinung? Ja, okay. Ah, man macht's, ey. Bugatti. Ja, den Bugatti vermiss ich irgendwie. Den Bugatti vermiss ich. Da, also wenn wir heute durchzocken, dann kriegst du den vielleicht heute sogar schon. Äh, das soll ich denn so ein Tag auf 25. Sag mal, so mir geht's heute nicht so gut. Das kann heute nicht gut gehen, alles. Bisschen müde. Ja, seit jetzt sind das schon, okay, zehn, zehn, zwanzig Minuten bin ich jetzt, ja. Das sollte schon langsam gehen. Perfekte Bedingungen für S4. Ja. So grad aus dem Schlaf. Kifft der doch ein, dann bist du wieder da. Also bitte, bitte fahr einfach geradeaus, ja. Ich werde nur müde davon. Ich werde an der anderen Seite mal überholen. Also jetzt schau mal, was für eine Beschleunigung die Karre hat, hm? Ja. Bitte nur geradeaus. Alle rammen bitte Panos. Nein, bitte, bitte rechts. Okay, okay, nein. Äh, bitte alle fahren anständig. Jeder fahr einfach anständig, ja. Ihr fahrt bitte einfach nur geradeaus, nicht nach links oder rechts, weil. Ich kann den Rückwärtsgang einlegen, wenn du magst. Äh, du wirst sofort disqualifiziert, aber auch egal. Ah, den NSX hast du hier. Ja. Alex, fahr mal rechts. Ja, eine gute Idee. Fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal. Ja, Junge, was macht ihr denn da schon wieder, ihr Missgeburten, ey? Und die rammen schon wieder. Ja, was denn? Und Panos ist natürlich vorne. Ich würde, Panos hat's wieder angeleiert. Da wette ich drauf. Boah, schon wieder zurücksetzen, Alter. Boah. Ja. Wie meine Karre jetzt aussieht, ey. Du wollt, ich häng dir am Nacken. Fah, 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 fah. Niki, ich häng dir am Knack, ja. Oh, Jürgen. Ist klar, werde ich erstmal gedreht von so einem Lutscher in einen gelben Wagen. Nein! Ja, hab's gesehen. Ich hasse, wie es auch so. Den Ding war, warum hab ich nur den Königseck genommen. Hahaha. Bin total nervös, mal, ey. Warum? Der Alex ist vor mir, naja. Alter, dieser Deutsche hier. Das ist wahrscheinlich in Belgier, kein Deutscher. Nee, ist ein Deutscher, glaub ich. Die Farben sind andersrum. Ja, aber die Farben sind andersrum. Höchstklar absichtlich abkürzen. Jetzt kann ich dich hier überholen. Das ist ein Belgier hier, glaub ich. Und dann sag nur an, wenn. Ja, ja, bin dabei. Ja, okay. Der Gelbe, ne? Dabei. Den meinst du? Ja, der Gelbe. Ja, ich mein den anderen. Der fährt jetzt den gleichen Wagenweg, aber... Es läuft einfach gerade 420. Mein Plästor schlägt mich auch. Der Elysiumweg. Der neunte jetzt. Ah, das ist, äh, den hab ich eingeladen, ja? Er ist ein Kollege von mir. Ja, toll. Was laden Sie für Luschen einen hier? Der rammt nur, ja? Der rammt. Aber ich mein, was erwarten wir von Panos? Ja, ja. Ja, Niveau ist ja schon unten. Pff, Spaß. Das hat keiner gelacht, also hat sich jeder ernst genommen. Hoho. Wow, wow, wow. Äh, Panos weiß schon, dass das, dass das nicht anzündet war. Will ich hoffen. Ah ja, kein Problem. Nee, ich hab den jetzt einfach weggefickt hier, ne? Ja, siehst du, ich bin an den Draner, war auch egal. Alter, da ist wirklich einer ausgeschieden. Fuck. So, was hab ich gesagt, wir müssen besser fahren wie Delta, das heißt, die müssen wir noch einiges machen in den nächsten drei Minuten. Oh, drei Minuten läuft das noch. Band, steu auf der Geraden, bevor sich noch dein PlayStation aufhängt, Nick. Bei mir, ich hoffe nur, dass sich deine aufhängt, Junge. Oh, ich bin gerade 430 gefahren und kurzer Leck. Ich komm mit der Bugatti nur auf 340. So, meine PlayStation ist älter als deine und funktioniert besser. Er hat seine, die ist dran gewöhnt. Ja, doch die Fette, weißt du, die Fette sind einfach am geilsten, die, Ladies. Ja, die sind halt auch am besten ausfindig. Ah, die haben den kleinsten Spanier. 320, 30, 30. Komm mit 30. 50. 350. 350 mit dem McLaren, mit dem Mercedes. Ja. Oh, 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 oh. War leider gerade abgekürzt. Die ist zu spät im Amst. Boah, ich hasse diese Schikane hier. Heißt ich, ich gerammt, Nick? Nö. Okay. Also bei mir habe ich nicht berührt ganz schlecht. So. Oh, leu. Was mache ich denn da, Junge? Wow. Der kommt auch so schnell ins Rutsch, das Auto, ne? Das ist unglaublich. Ja, und McLaren auch. Also in den Kurven kann man mit dem Trailer gar nichts anfangen. Wir fahren jetzt erstmal hart, weil mein Auto zieht nach links. Ja, Benz ist auch auf dem McLaren. Oh, scheiße. Der McLaren MP4 wäre mir lieber, ne? Oh, mein Auto. 434, ich glaube, es ist Top Speed, oder? Ja, 39. Ja, 39. Königseck. Oh, der Neon ährt sich. Alter, ich kann nicht mehr richtig lenken, Alter. Ja? Ja, mein Auto links an. Nach rechts gucken, ich gehe nicht mehr so dolle. Wofür die Hardcore loppen. Darf ich jetzt mal? Ja, alle, ich schätze. Dann der Typ wird rausgekickt, dann Kollege, dann Junge. Wie ich auch hole, ey. Ja, gleich rüberziehen, weil ich sie fahre, ich bin ein bisschen früher. Hast du verspacken als Freunde, ey. Ja, aber echt. Ja, der kommt echt nach dir, du bist du am Ramm, der ist auch am Ramm. Ja, der hat sich, nimmt sie an wie ein Beispiel. Ja, aber auch derbe. Am Arsch. Der Lysium-Fick, oder was? Ja. Ja, ja. Bin dir noch gar nicht auf der Strecke begegnet. Also, der wäre aber richtig der im Linksdrehen, weil das ist so behindert. Boah. Soweit sind denn jetzt? Ja. Nein, nee, hoch auf. Ja, weil ich die Rechtskurve nicht mehr gescheitzt fahren kann. Ja, ich muss halt immer gegen lenken, weil er sonst immer links in die Gegenwand fährt. Meine Scheiße, warum ist das? Das ist nur bei dem Auto so, dass das irgendwie mal so links dran kriegt oder so. Boah. Nein, das gibt es nicht in den letzten 10. Nein, ich habe nicht, ich habe nicht geschafft, ich habe mich nur davor gestellt. Nein, lass mich vor, das hat man genau gesehen. Aber nur, was du es willst. Das hat man nicht gesehen, ich gucke mir da letzte Pläne an. Oh, nein, ich habe mich nur davor gestellt. Alter, das heißt, der hat Delta da ran. Ja, das kannst du sicher sein. Ich habe dich noch vorgelassen. Was willst du noch? Ja, erstmal Elysium rausgehen. Ja, alle stimmen dafür. Panos löschen mal. Und falls Elysium sich das Let's Play anguckt, nächstes Mal nicht rammen, dann darf man auch reinbleiben. Genau. Nee, zu spät. Nee, 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 gib mir noch einen Versuch, wir sind ja nicht so. Wir sind so. Nee, komm, Panos schreibe da einfach, fahr bitte anständig sonst raus. Okay. Während du dabei bist, schreib's bitte an alle. Die Lobby ist voll. Bin ich froh drüber. Bisschen mehr Geld. Oh, Tobi. Kann ich mir mal abschließen. Computer. Ja. Und ich fahr gegen Level 8er. Oh, das ist scheiße. Naja, eigentlich gut. Häng ich 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 gut. S4 Giulietta gegen Giulietta gegen Giulietta. Das so gegen Elysium zahlen. Ja, aber ey, da fern ich rammen, das ist schon mal ein Wort. Ja, Panos, äh, schreib bitte, der schreibt den. Warte. Ich gebe meine Platz. Schreib ihm, schreib ihm, schreib ihm, schreib ihm mal bitte, er soll verlieren. Das ist echt, ähm, es ist ja lang. Sonst raus. Delta? Ja. Ja. Ähm, so, nee, braucht jetzt nicht verlieren, okay, aber ähm. Ganz kurz nach dem Let's Play, wenn wir auf Level 5 sind, ja. Ähm. Was? Wenn, wenn ich auf Level 5 bin, ja, äh, richten wir mal kurz in Giulietta gleich her, ja. Ja. Achso, du hast noch nichts gepimpt? Ich hab, ähm, ein bisschen was gemacht, aber mir geht's drum, die Lackierung, dass wir die gleiche haben. Achso. Ich möchte nämlich, dass wir im Let's Play immer die gleichen Lackierungen haben, damit man uns besser unterscheiden kann. Okay. Unterscheiden kann man euch ja dann ja nicht, ne? Was? Ja, aber euch unterscheiden kann man daher nicht, wenn ihr das gleiche Auto gleich lackiert habt. Achso, nee, dass wir uns besser vor der Gruppe hervorheben. Ja. Das wär einfach genau dasselbe Muster haben, nur in verschiedenen Farben, oder? Hm, das wär ne Idee. Ja, mein Ohr will ja auch genau gleich. Aber ich bleib sicher nicht gelb. Also der hat nen Golf, das bedeutet, der zieht mich jetzt direkt ab beim Start, ne? Am Start, ja. Ich hab grad, hm, wurde grad angeschrieben. Außer wenn ich den Rahmen richtung Minecraft habe. Aber dann wirst du das verifiziert. Mal schauen. Oh, ne, ich bin außen gestattet. Anscheinend nicht. Ich auch. Oh, ich hab' geworden, ha! Ja, war ja klar. Das ist super, weil ich fahr' gegen die Wand, versuch' mein Auto wieder unter Kontrolle zu gering fahren, währenddessen ging Panos und ich werd' disqualifiziert. Kochan. Qualum hab ich лис Lamrati, nie? Ne, da war natürlich sim位置ierend. Ach, ne, ne, so bescheuert. Nein, nicht beendet. Ne, ein Svi anmenak, aber ein Sv, v s1 Sn. Dann finde ich schon echt geil hin охer Idee, ist ein CS. Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, ne? Aber die Bundeswehrin Total, ja antes, ja. Nein, noch nicht, er02itt an und ich mich da. Boca autor**** ... Ja, genau geplant. Es ist verскогоertona. Denn es ist falsch, das emergency. Ele puts latest? Er hat's drauf. Das war mir ja nicht geplant. Stört dich das nicht, wenn wir zugucken? Überhaupt nicht. Er heißt ja nicht Delta, ne? Bei mir, wenn man mir zuguckt, ey, ich raste aus. Ich muss mir vorstellen, das sehen vielleicht ein paar hundert Leute zu, vielleicht, im Laufe der Zeit. Nee, das ist ja kein Vergleich. Nee, nee, das stört mich nicht. Das ist ja eine Aufnahme, aber live, ne? Live drauf guckt, ja. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht streamen. Denn die Panik zu verlieren, die ist zu groß. Der Typ hat irgendwas mit Minecraft geschrieben, glaube ich. Ich glaube, dass das der war. Muss ich doch mal schauen. Geil, Alter! Ich überschlag mich, weiße! Man macht einen Fehler! Deswegen kotzt mich das Spiel so an. Meine Güte, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Oh ja, so gut. So, wollen wir mal gucken, was der Typ hier geschrieben hat, hier, Richtung Minecraft, keine Ahnung. Empfangen von... Ja, Jan Kuester, Minecraft. ...Kennst du den Typen? Negativ. Ja, warum sagst NNG mal Minecraft? Nee, er schreibt mir nur das Wort Minecraft. Frag mich was Leichteres. Oh, vielleicht hat er das Video gesehen von Minecraft. Oh. Haben wir das hochgeladen? Natürlich. Oh, cool. Ich habe das hochgeladen von Minecraft. Würde mich wundern, wenn der gerade im Let's Play dann da aus Reaktion dann schreibt, ne? Und? Bist du jetzt Level... 4. Level 4. Aufnahme beenden, oder? Er meint ja Level 5. Oh, Zeitfahren, Dubai. Wir machen jetzt, bis ich Level 5 bin, ne? Ich liebe diese Strecke. Achso, okay. Oh ja, Dubai, S2, auch noch. Oh man, S2. Nee, Golf kannst du das fahren. Was? S3 hast du Golf. Was? S2 ist Golf. Bei Delta. Achso, bei Delta, genau. Hoppla. Ich bin sehr sorry. Beim S3 habe ich den Dodge Linger. Ah, hast du den hochgepimpt. Ja, und der NSX... Was? Wie sieht der denn aus? Äh, nö, der ist simpel gemacht. Simpel gemacht, also... Ja, muss ich noch umdenken. Ja. Also, die Streifen, anstatt die zwei Streifen, habe ich jetzt drei Streifen drauf. Nee, also wenn ich dann Level 5 bin, machen wir ein bisschen was mit Giulietta. Okay, aber während des Let's Play ist, ne? Nee, nee, das macht mir außerhalb, das wäre ein bisschen langweilig. Okay. Seit wann war das jetzt? Ja. Gut. Ich glaube, ab Level 5 kann ich den Giulietta schon hier errichten, wie ich will, ne? Wenn ich das nötige Gelenke... Ja, Hilfsgwindigkeit 345. Kommt drauf an, was du drauf haben möchtest, ne? Hm. Warum schreibt er dauernd? Minecraft, Hilfe! Das wird Fragezeichen, ich kenne den ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein Freund von mir. Ja, schreib du auch mal, nur, 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 Freizeichen, zurück. Ja, nach dem Rennen. Oh, als Siebter, warum schreibt er als Siebter? Ich kann, warum schreibt er mich als Achter? Jetzt muss ich den Lutscher noch überholen. Jetzt muss ich den Lutscher Nick noch überholen. Das ist die beste Runde. Was für noch Zeit? Zeitfahren, immer noch. Zeitfahren, okay. Ja, der Spanier rammt mich mal... Ärger auf die Seite, der hat mich jetzt einfach als Bande benutzt, ne? Panos, wehe, du rammst mich. Spanier halt, ne? Ja. Ne, wo bist du vorne? Bin hinten vor Panos. Warte. So, hab mir die Rache geholt. Alter, what the fuck, ich geh nie ab. Ja, ich hab mir die Rache geholt vom Spanier. Sorry Panos, dass du beteiligt wirst. Voll aggro hier. Jetzt ist hier voll viel Verkehr. Sorry Panos. Jawohl, der Spanier wollte mich auch noch mitnehmen hier. Ja, wirklich. Ja, geil. Ja, ich hab's gesehen. Bin aber schon um die Kurve gekommen. Wer ist dieser lila Wagen? Das bin ich, ich muss wegen dir bremsen, Junge. Also, bitte ran mich nicht. Ich hab extra gebremst, hab ihn nur leicht berührt. Aber gleich muss ich, muss wegen dir. Junge. Ja, was, ich kann fahren, Junge, in der in dieser Zeit zu dir. Ich dachte, du rammst mich jetzt. Nee, ich nicht. Ich bremse, wenn. Ich verliere Teil, mein Kofferraum ist auf. Heiß nicht, ob ich einfach weiterfahren würde. Hi Panos. Grüßen könntest du auch. Ich hab die Kurve ein bisschen zu eng genommen. Kernbasieren. Welche Rundenzeit machst du denn? Der macht sich echt breit wie Philippe Masse, Junge. Wer? Der Typ, dem ich jetzt grad nem Schelle gegeben hab. Hahaha. Der, was hier steht, der raufgegeben, glaub ich. Ja, nee, nee. Das ist mal ein anderer. Das ist ja immer geil, ne? Ich hab einfach nur mit euch geredet. Wie viel? Habe ich das nicht gewohnt, dass keiner geantwortet hat? Ja, ich dachte mir, warum antwortet mir keiner? Schon langsam kann ich mit der Karre driften. Schon langsam. Boah, ich hatte jetzt nur noch eine Runde, eine gute Zeit zu fahren. Wehe Alex, du vermasselt sie mir. Habe ich, ich komm noch ins Ziel, ne? Machen wir den in Delta. Da ist er doch. Ach, du bist ja schon im Ziel, Mann. Doch, der Platz. Alles auch. Da, ich weiß, hier. Ach, komm, nur viermal, weil nur Alarmramen sind mal wieder. Die Idioten, erste Runde haben. Die Idioten, erste Runde haben, die Idioten, erste Runde haben, die Idioten, erste Runde haben. Die zweite Runde haben, die zweite Runde haben, die zweite Runde im Polen zum Land. Für hunderttausend sind. Alter, Delta N, zeige ich dir, wenn ich meine Autos habe, mit denen nicht gebunden bin zu fahren, ey, ich mach das so fett, fertig hier wirklich. Ey, warum, warum machst du mich schon wieder von der Seite an? Ich kann doch nichts dafür, dass ich jetzt hier für fünfter Platz ist, ey. Oh, alles, schlechter als Delta, das ist das peinlich, doch. Ja, ich schreibe mich auch gerade. Und sonst sind die Deutsche so weit abgeschlagen, weißt du? Deutschen, ja, so weiter hin, nein. Ich hab mich immer erschrocken wegen diesem Elysium, der da einfach nur stehen blieb. Ja, hat mir einfach mitten im Spiel, okay, geschrieben. Oh, ist da stehen geblieben? Okay, ich fahr jetzt weg. Oh, einmal siehst du, so ein und breit aus dem Polen rein, ja? Ich kann durchfahren durch den einen, ich weiß nicht, wer das war. Da schon auch einer, wenn er wo durchgefahren hat. Ich schreibe jetzt einfach mal den Typ mit drei Fragezeichen, kennen wir uns? Das ist doch geil. Und wer ist das, dass keiner von meinen Freunden hier spielt? Minecraft. Minecraft, also woher kennt der mich? Ähm, Frage Neo, das ist jetzt die dritte Runde, ähm, willst du mal das Let's Play beenden oder machst du schon wieder sechs Stunden Let's Play? Hamnamnam, bin ich schon Level 5? Ja komm, du durfst es ja... Nee, ich will noch Level 5 erreichen, wir machen lieber sechs Stunden Let's Play. Und vor allem Driften, GD-Flott, ne, S3, das heißt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, Dodge, der ist doch gut mit dem, der Dodge ist gut zu driften. Nee, ich würde mit Golf oder Giulietta oder NSX besser. Nee. Ja, der Honda ist klar, der ist auch ein Drifter-Alab, der Dodge-Junge, den du nicht driften kannst. Ähm, ja. Was ist er gar nicht so? Nee, wo ist er denn? Das ist Drift, Junge. Für F2? Einfach Romeo. Von der NSX, du, Neo. Haben wir extra gemacht. Ja, sicher nehme ich von der NSX, ja. Ist ein gutes Drift-Kar. Kannst du dir jetzt mal anschauen, wie mein Dodge aussieht? Ich hoffe es. Das weiß ich ja nicht. Achso, ja. Siehste, das haben die aber blöd gemacht. Ähm, die höheren Level starten ja bei Rennen und so immer hinten. Weil die ja stärker sind. Ja, weil du schon, das ist Zufall. Nein, ja, das war falsch. Hier hätten die das so machen sollen, die höheren Level vorne. Damit, äh, wenn ein, äh, Low-Level vorne startet, könnte der den besseren Level ja behindern. Ja, das stimmt wohl. Aber der, der, der höhere Level ist ja schneller und so. Ja, aber die sollten dann eigentlich überall per Zufall machen. Nee, das ist scheiß, per Zufall. Ja, du siehst das doch bei mir. Ich mit Deutsch und du mit Bugatti oder so. Ja, aber trotzdem, guck mal, ich, wenn auch ich jetzt das hohe Level habe, Panos, hat ein geringes Level. Ich starte, um einiges weiter vorne, aber hat trotzdem die gleichen Autos, weißt du? Das, er hat einen Vorteil deswegen. Ist das jetzt Drift? Ja. Ja, das ist Drift. Das haben wir auch, haben wir auch mehrmals gesagt. Ey, Lies, du mal hinter mir. Das haben wir mehrmals gesagt. Warum, was hast du für ein Auto jetzt? Also Bugatti, also, oder? Äh, nee. Oh, Alter. Das ist der Alpha Q, kommt mit dir, oder? Nee, einfach mit mir, hab ich ja. Alter, mit dem Kater hin. Leut, er hat mir geschrieben, ich klaue euch dann die besten Zeiten. Hahaha. Ja, wenn ich soll die Handbremse benutzen, dann jeder hat doch gar nicht klar, Junge. Boah, das geht einigermaßen. Ah, ich bin gespannt, wie viele er jetzt schon behindern will. Ja, ich musste dich auszweicheln. Ja, sorry. Kollision. Ich hab nur nur... Kollision. Da will einfach rumfieren, so wie Korinne. Ja, nee, ich versuche das die ganze Zeit irgendwie... So, geh mal Gas. Ah, so gut war das nicht. Nee, die Wande, Junge. What the fuck? Oh, Alter. Meine Fresse. Das kann ich nicht wechseln. Und warum da jetzt? Boah. Ich hab mich so behindert. Ja, komm, da ist Alex. Komm, wir machen es euch zumindest nur den anderen hier. Ja, dem Mund ist der GTA auch nicht gerade das Beste, ne? Am Arsch. What the fuck? 13.000 Punkte. Am Arsch. 14.000 Punkte, wie geil. Wie viel? 14.000, also hier muss ich mich jetzt platt machen. Oh, gar ein Scheiß angefahren, ja. Ja, reif. Ja, reif. Machs nichts, trotzdem 60.000 bekommen, dafür. Für, für den, für die eine Kurve, ne? Ah, ja, ja. Am Arsch. Hey, du bist nicht letzter. Ja, ich freu mich grad. Ja, ich hab, ich, die erste Kurve, ich drifte, wer steht vor mir? Blue Volt. Kollision. Ja, das ist schon. Ja, watt denn? Naja, ich hätt aber auch mehr Punkte machen können, um Panos wär schon rangekommen, glaub ich. Ich, ich hab alles rausgehauen, ich hätt nicht mehr Punkte machen können. Null Punkte. Weil der Wagen einfach nicht driftet, wa? So, ich nehme mal an, jetzt haben wir ja. Ja, wenn er driftet, dann dreht er sich komplett. Level 5 erreicht, ich hoffe sehr. Ich will nicht mehr aufnehmen, äh, das ist voll für den Arsch. Nö, wir müssen noch ein Rennen fahren, oh man ey. Lass doch mal bitte den Neo mal eben gewinnen. Das kann man nicht beeinflussen. Doch, das kann man beeinflussen. Ich mein, Sneakers, Panos, Blue Volt und ich, vier Leute. Wir schaffen es nicht, hier ein paar Bobbys hier zu behindern. Dich vorbeizulassen. Duell. Ja, neuneinhalb Kilometer. Computer, das könnte ich wirklich gewinnen. Neuneinhalb Kilometer, muss das sein? Ja mei, ist ja eh noch Hongkong. Hä, S4? Ja, S4, zu Mercedes. Aber Mercedes gegen Computer. Ja, ist das gerade abgelehnt worden, kann das sein? Das ging jetzt irgendwie so schnell. Was ist denn da? Gegen 5, 8, 8 gegen Mercedes, gegen Level 8. Sollte ich eigentlich hinkriegen. Ja. Guck mal, der eine ist der 10-Ups, super, Herr. Er hat schon eine kleine 16 Bugatti. Na dann, wie du. Das muss gerade der Panos sagen, wa? Ja, denke ich mir auch gerade. Hey, anfangs habe ich das gefahren, ja? Dann habe ich ja meine Statistiken gespielt, habe nur mit den Autos gefahren, die ich auch durfte. Das stimmt, Alter. Dazu wollen wir uns nicht äußern. Ja, aber es stimmt. Ja, siehst du? Na dann, Höchstgeschwindigkeit online, 353. Ja, der ist schon schneller als ich gefahren. Als niedriges Level. Gegen wen fahre ich dann? Computer. Ja, ich weiß, aber ich schaue gerade wer. Jack Green, oder? Ja, Jack Green. Das ist eigentlich immer Jack Green. Ja. Keine Ahnung. Nee, Kampfgele, das ist halt immer Jack Green. Das ist der Horn, wenn es erzählt, ist mir klar am Start. Ja, klar, ja. Am Start vielleicht, am Start vielleicht nicht, aber in den Kurven. Also dieser Jack Green, der Ram, der war auch wie eine Sau, ne? Ja. Oh, ideal. Der fährt halt seine einprogrammierte Linie, ne? Ja, der hat mich am Start jetzt einfach weggefickt, ne? Äh, ich mache gerade einen auf Spider-Man. Ich bin gerade die Wand langgefahren. Ich auch. Oh, oh. Ich habe auch einen Raum als Gegner. Ah, ich stelle mir jetzt. Alter, so einen kranken Fond. Oh. Was ist das? Scheiße. Jetzt schon wieder hier. Geleckt mich doch. Gelegt mich doch. Ich hasse die Karre. Nein. Ah. Boah, okay, alles gut, ne, ich nehm nicht zu sagen. Na gesagt, hast auch nichts, dass nur irgendwelche Töne von dir gegeben. Das war auch der Plan. Das war auch der Plan. Das war auch der Plan. Das darf nicht wahr sein, Junge. Ich kann jetzt Chilic, Chilic ans Ziel fahren. Genau, das kann ich machen. Oh, perfekt gedriftet hier. Ah, wunderschön. Ich glaube aber auch Ehrenführung. So sollte das jetzt nicht so. S4 trifft, wär nett, ne? Alter, was ich hier zusammenfahre, das ist doch kriminell. Also musst du mich mal angucken, du wirst nur lachen. Ja, das Problem ist, ich werde wieder nicht ans Ziel kommen, weil die Strecke so scheiße ist. Ach, meiner ist auch schon rausgegangen, sehe ich gerade. Ja, kannst du langsam fahren? Wer ist raus? Panos? Wo seid ihr jetzt? Jeder, der keinen Gegner hat, fahrt bitte ein bisschen langsamer, damit die Langsamen auch noch ins Ziel kommen. Dann sag mal, wo dein roter Strich da ist. Wenn ich überhaupt ans Ziel komme, ey. Ja, das ist ja das. Ne, ne, ich komm da nicht hin, weil... Das ist scheiße, was man strecken mit solchen Autos. Ja, also, ich komm gar nicht, klar. Mein Auto sieht schon total zerdächt aus, das ist schon smart. Boah, meines ist, ja... Meines ist kein McLaren mehr, ja okay, aber noch immer ein Mercedes. Ich kann nicht mehr weg. Malte, ich häng gerade im Computer, weil sowas von ab, ne. Es ist ein Cup-Shooter. Was sollte man ja wohl erwarten, dass man hier abzieht. Ich glaub, da ist auch leichtgestellt. Auf Level 4 noch, ne? Doch, mit dem Level keinen Unterschied. Na, nicht? Boah, ich mein Gegner herankommen, Alter. Warte, dass ich die letzte Kurve verkacke. Alter, guck mal. Ich gewinne es doch. Ich gewinne es doch auf den letzten Meter. Jawohl. Weil es gar nicht so gut ins Ziel kommt, ja. Wegen seiner Bobbyhaftigkeit habe ich doch gewonnen. Da hätte ich sogar noch gegen Panos gewonnen. Also so schlecht bin ich auch. Ah ja, könnte ich rausgehen. Wird knapp, wird knapp, aber könnte ich rausgehen. Ja, 4, 3, ja genau. Perfekt. Ich bin noch in Marazil gekommen. Ja, das war zu behindert, die Anfangsstrecke. Ja, mein Alex hat es auch unter 3 Minuten geschafft. Oh. Der hat euch die nötigen Autos dafür, ne? Was? Der hat euch die nötigen Autos, dass es klappen kann. Der Alex. Ist jetzt Level 5. Fast jeder hat hier die Bugatti. Mein Pano ist auf 5.000 Sekunden über die dritte Minute. Alter, ich hab mich noch in der letzten Kurve eingeholt. Der hat so'n krasser Vorsprung, der hat mich so weggerammt. Oh, mei, 3600. Und bitte, bitte das. Wir müssen noch ein Rennen fahren, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Die bringen so wenig Erfahrungspunkte. Ja, das ist unglaublich. Deswegen würde ich das nicht auf sowas in einem Veto gegen machen. Das gibt jetzt nicht. 2, 4 Runden, ja. Oh, Farms und Delta sind Noobs, beide haben grünes Ausrufezeichen. Fick dich. Nur am Rennen, die beiden. Was? Ich bin doch nicht an Rennen, Junge. Anscheinend doch. Hä? Wenn man grün hat, isst man an Rennen? Ja. Zumindest mehr als die Weißen. Weiß ist am besten. Achso. Ist das S2, wa? Ja. Ja, leider. Endlich wieder mein Golf, ey. Ist hier ein Panismus? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja, zehn, Nismus. Oder einer hat ein BMW. Neun. Okay, haupteuer, neun. Acht, schnell. Ja, genau, acht. Neun, oder? Acht, acht. 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 Nismus, gerade einer. Weiß er nix. Okay, wir hatten schon Rennen, da waren alle Nismus, ne? Das sieht dann richtig geil aus an der Antabelle, wie viele Nismus fahren. Ja, ja. Halt, das Video wird über eine halbe Stunde schon. Na, wer wird schon? Das wird ein Special-Net-Play endlich Level 5, ne? Ein Delta nur im RAM. Die nächste Folge wird auch mal, wenn du Level 10 bist. Boah, nur Nismus vor mir, Mann. Und ich muss daran fahren. Und hinter dir auch. Oh mein Gott, wo ich fahre, wo ich bin. Als Erster, das geht ja schon mal. Oh, ja, komm mal, wo ich bin. Ich bin letzter, hallo. Ich bin vorletzter, guck mal, ich bin neben dir. Alte Zeichen, komm hoch. Ach, doof. Komm, wie schon losgeht da vorne, ey. Nicht trammeln, Leute, nicht. Na, das muss bremsen, nicht. Ja, mach ja schon. Ja, und du schneidest mich. Wie doch hast du denn gebremst? Ja, arzt dich, weil die ja alle da dran sind. Ja, danke schön, jetzt ist es. Ja, sehr schön, jetzt habe ich dir einen mitgefickt, Alter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen herumgeflogen. Wie sie setzen sich denn auch nicht zurück, Junge? Da setzt man sich sofort zurück, eigentlich, wenn man eigentlich so, der weggefickt wird. Oh, ja, Spanier. Nee, du klickst mich. Ja, ab. Ja, lass mich einfach vor, verdammt. Entschuldigung, die können alle nichts, ich habe nur unlackiert den Nismus, also die können alle nichts. Das ist doch gemein, und die sollen dann vorbeifahren, oder was? Das war derbe. Du rollst vor mir. Alter, ich überhole rechts. Du überholst gar nicht. Bitch, du Ruhe. Ja, was überholst du vor der Kurve, du Idiot? Hier, hier, du sollst jetzt überholen. Oh, der Kurve überholt, ja. Yo, ho rein, die sind. Das ist nicht Gran Turismo, das ist great. Ja, Ficker hier. Warte, der kaufe ich mir. Rampen wir auf die Seite. Den kaufe ich mir. Der war's jetzt nicht. What the fuck? Delta. Jo, ich bin zweiter Freund. Warte, Alex, ich komme verstärkt. Okay, jetzt habe ich auch einen weggefickt hier. Ja, Delta ist gerade weggefickt. Nee, ich bin reingekwacht. Kopf, oder man? Das wollte ich nicht zu spät gesehen haben. Ich wollte nicht abheben hier. Ich habe es gesehen, ey. Ist das ein Rennen oder Zeitrennen? Rennen. Rennen. Ach so, Rennen. Okay, dann sollt ich mal fahren. Wie bremst ihr denn, Junge? Holst du Grieche auf, Herrschau? Ja, ich musste richtig derbe bremsen, wegen dem Typen vor mir hier. Okay, guck mal, wie der fährt, Junge. Machen wir, nehmen wir die Kugeln mal ein bisschen enger. Ich bin fürgebracht. Dann könnt ich auch kriegen, komm, 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 komm. Mann, was für ein Lötcher, Junge. Ja, das hat er Pech. Ey, hoffentlich kriegst du jetzt Level 5, ey. Dann gehen wir auf dieser Scheiß-Lobby raus hier. Die gerade vollpassen, ey. Oh nein! Alter, ich mach ne gerade zu Kurven, Alter. Panos überholen, sauber. Ich habe eine Hand, ich habe eine Hand. So. Oh, habe ich scheiße. Guck, was der jetzt für einen Vorsprung hat, Alex. Ja. Was kann ich denn dafür? Oh, nö, jetzt ist irgendwie so ein Fake von mir, aber das muss doch nicht sein. Oh. Ich habe eben nicht mehr. Alter, so schwer war das, um hier vorzukommen, ne? Alter, bei dem Spiel kann ich kürzen. Alter, Alex. Der wird den Augen nehmen, ist sichtbar, Junge. Weiße. Eine Berührung, vor allem gegen die Bande, Mann. Ne, ich bin hinter dir, oder habe ich überholen? Alter, der muss doch nicht immer rammen. Äh, was für ein Pissar, Junge. Elysium Fake, Alter, ich gebe gleich mal Fikalien spritzend in eine Fresse. Ich glaube, das ist halt ein Fake von mir. Ja, danke. Danke, Alter. Komm, weiter, du kriegst den, du kriegst den Leute, ja. Weil jetzt nicht mal Schuld dran, ne? Panos, mach mal immer weiter vorne. Alter, ich habe jetzt eigentlich keine Bock, mein Mann. Oh, hat er viel gelang gemacht, wo er ne will, ist die Pussar, also. Ist dieser Elysium wirklich von dir? Ja, ich werde ich mir kaufen, irgendwann, Meier. Okay, kaufen wir. 295 Stopp angeboten. Moin, moin. Den Verstelaglichstern, Junge. Den Christen, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, den Tod, das gibt es doch nicht. Erster, jawohl. Nein, ich kriege ihn nicht. Also, der hat mich dreimal so gekriegt und jetzt, nee, nicht mehr. Ich war zweiter hier und jetzt bin ich fünfter wegen deinem geilen Freund. Mann. So, letzter Kurve. Vollgas rein. Oh, nein. Nein, auch, das sieht aber mega frisch aus. Frisch von der Fabrik. Und so ist er geworden. Jawohl. Dafür bin ich der Einzige in der Rundenzeit und dann unter 50 Sekunden. Oh, ja. Boah. Gerade eben noch den Nismo. Oh, ja. Geil. Das ist ja alles schlecht. Alle über 50 Sekunden, ich habe unter 50 Sekunden Rundenzeit. Ich hatte B-Fall, Alter. Nicht nur du. Hast du jetzt Level 5? Ja, ich weiß sicher noch nicht. Ja, müsst ihr eigentlich jetzt haben. Aber ich denke schon, ja. Oh, mein Gott. 35 Minuten. Etwa. Das ist derbe. Nachdem ich es vorgelegt habe, wird halt von Level 5 auf Level 10. Und dann alle eben durch. Ah ja, und dann von 10 auf 30. Hättest du ja durch 2 teilen können. Kannst du ja eigentlich immer noch. Nee, will ich nicht. Ich will nichts zusammenschneiden, Kriege. Ah, ihr schreibt mir aber, ihr raubt mich, oder was? Was soll ich hinabkommen? So, jetzt sind wir Level 5. Ach, wie schön. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, wie ist das schön. Was hat dein Freund gesagt? Aber ihr rammt mich. Ja, sag ihm, wir heißen ja auch nicht Elysium Fake. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao.